Ich bin einfach darauf zugekommen und habe mitgetanzt, ja. Ja, war doch eine nette Sache, ist eine gute Sache, kann man unterstützen und war doch gut getanzt. One Billion Rising ist eine weltweite Tanz- und Protestaktion gegen Gewalt an Mädchen und Frauen. Jede dritte Frau und Mädchen ist in ihrem Leben von Gewalt betroffen und das ergibt zusammen eine Million und deswegen soll eine Million sich erheben und die Welt zum Beben bringen. Frauen weltweit stehen auf, um irgendwie gegen Gewalt zu protestieren, machen das im Rahmen eines kreativen Protestes, ich finde, der vielen Menschen ermöglicht, auch daran teilzunehmen. One Billion Rising ist einfach eine gute Möglichkeit, um zu zeigen, auf der Straße zu zeigen, mit Jung und Alt, dass wir etwas tun gegen Gewalt in dieser Stadt und weltweit, das finde ich auch ganz wichtig. Und tanzen ist ein ganz anderes Mittel, ja, als sonst. Es ist immer noch ein gesellschaftliches Tabuthema, weswegen es wichtig ist, durch so eine freudigen, positiven Aktion wie heute durch den Tanz-Flashmob, der ja doch mehr mitreißt, als dass er abschreckt, Veranstaltungen zu machen, um das Thema immer wieder in die Gesellschaft reinzubringen. Ich finde es auch gut, dass diesmal es draußen passiert ist, nicht unten wieder im Allee-Center, weil das sind dann zwar die Leute, die im Allee-Center sind, aber ich glaube, hier bringt ein bisschen mehr Öffentlichkeit, das finde ich ganz gut. Das Thema Gewalt an Frauen, sexuelle Gewalt an Frauen, das ist überhaupt nicht in der Öffentlichkeit präsent und da muss man Veranstaltungen machen. Musik. 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 Ich hatte eine persönliche Erfahrung auch in dem Bereich und finde es einfach wichtig, dass sich die Frauen immer mehr stark machen, dass sowas einfach nicht mehr vorkommt. Musik. Ich hatte sehr gute Gefühle für die Frauen, ganze Welt zu tanzen, das tue ich gerne. Gerne, gerne. Darum habe ich mir richtig mit Vollpower getanzt. Musik. Musik. Tanzen ist ja eine Art Lebensfreude und führt die Menschen zusammen und so stehen wir heute zusammen und machen auf diesen Tag aufmerksam. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Erstmal macht es Spaß, es bringt etwas Positives hervor und natürlich auch Aufmerksamkeit, wenn wir uns hier so in der Öffentlichkeit zeigen. Wenn wir zu Hause tanzen, sieht das ja keiner. Musik. Also ich finde den Tanz gut, meine Stimmung ist sehr toll, weil ich es einfach toll finde, dass es dafür eine Veranstaltung gibt, das ist meine Meinung dazu. Musik. Ich war sehr überrascht über Leute, die wir in der Öffentlichkeit haben. Die wiedergekommen sind, die war im letzten Jahr schon da. Ich stand da vorne und hatte einfach wirklich ganz viel Kraft und ganz viel Aufmerksamkeit. Es war so einfach und ich fand es auch sehr schön, die Leute wahrzunehmen, die hier auf dem Fußweg langgegangen sind, uns angeschaut haben, stehen geblieben sind und mitgeklatscht haben oder sich gefreut haben, ihre Handys vorgezogen haben. Also das fand ich sehr wirkungsvoll und so soll es ja auch sein. Wir wollen ja damit Aufmerksamkeit erregen. Musik.